Die Bundesagentur für Arbeit mit Sitz in Nürnberg erbringt Leistungen für den Arbeitsmarkt, insbesondere die Arbeitsvermittlung sowie die Arbeitsförderung und regelt als Verwaltungsträgerin der Deutschen Arbeitslosenversicherung die Finanziellen Entgeltersatzleistungen b. Das Arbeitslosengeld Die Bar ist eine bundesunmittelbare Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Selbstverwaltung und Anstalt des öffentlichen Rechts, die der Rechtsaufsicht durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales unterliegt. In einigen wenigen Bereichen hat das Ministerium darüber hinaus ein Weisungsrecht und führt die Fachaufsicht b. Bei der Arbeitslosenstatistik und der Ausländerbeschäftigung Als besondere Dienststellen der Bundesagentur für Arbeit sind die sogenannten Familienkassen für die Durchführung des steuerlichen Familienleistungsausgleichs und für die Berechnung und die Auszahlung des Kinderzuschlags nach 6a nach dem BKGG zuständig. Die Bundesagentur für Arbeit ist mit etwa 108.536 Mitarbeitern die größte Behörde in Deutschland und einer der größten Arbeitgeber des Bundes. Die Dienststellen der Bar auf regionaler Ebene werden als Regionaldirektionen bezeichnet auf lokaler Ebene als Agenturen für Arbeit, Aufgaben und Zuständigkeiten. Die Aufgaben der Bar sind u.a. im dritten Buch Sozialgesetzbuch festgelegt. Hauptaufgaben sind Arbeitsvermittlung, Arbeitsmarktberatung, Berufsberatung in Berufsinformationszentren, Arbeitsmarktbeobachtung, Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Zahlung von Entgeltersatzleistungen, Arbeitslosengeld bei Arbeitslosigkeit, Arbeitslosengeld bei Weiterbildung, Insolvenzgeld, Kurzarbeitergeld, Saisonkurzarbeitergeld, Transferkurzarbeitergeld, Leistungen der aktiven Arbeitsförderung, Eignungsfeststellung, Eingliederungszuschuss, Einstiegsgeld, Förderung der beruflichen Weiterbildung, Gründungszuschuss für Existenzgründer, Leistungen zur Eingliederung von Selbstständigen, Lohnkostenzuschuss, Personalserviceagenturen, Strukturanpassungsmaßnahmen, Vermittlungsbudget, Förderung der Berufsausbildung, Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen, Ausbildungsbegleitende Hilfen, Ausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen, Einstiegsqualifizierung, Berufsausbildungsbeihilfe, Förderung von Wohnheimen für Auszubildende, Ausbildungsmanagement, Entscheidungstraining Best, sonstige Aufgabendurchführung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes, Beerteilung einer Erlebnis zur gewerblichen Arbeitnehmerüberlassung, Erteilung von Arbeitserlaubnissen, Gleichstellung von Frauen und Männern auf dem Arbeitsmarkt, Rehabilitationsleistungen, Schwerbehindertenrecht, Ferner tritt die Bundesagentur für Arbeit im Ausland als Partner in der internationalen Arbeitsvermittlung und Verwaltung auf. Die Bundesagentur für Arbeit ist bei der Umsetzung des SGB II für die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts sowie für die Leistungen zur Eingliederung in Arbeit verantwortlich, sofern die Aufgaben in einer gemeinsamen Einrichtung mit dem kommunalen Träger erfolgen. Innere Struktur Die Zentrale hat ihren Sitz in Nürnberg, bis zum 31. Dezember 2003 lautete ihre Bezeichnung Hauptstelle, Dienststellenleiter der Zentrale ist der Vorstand Finanzen der Bar, durch Gesetz ist die Stellenzahl auf 400 Stellen begrenzt. Die Zentrale hat sechs sogenannte Zentralbereiche, SGB II, Produkte und Programme, Steuerung Regionaldirektionen, Personal, Controlling, Finanzen, IT-Steuerung, über die Arbeit in der Zentrale Wacht der Verwaltungsrat der Bar, Regionaldirektionen Auf regionaler Ebene üben die zehn Regionaldirektionen die Fachaufsicht über die einzelnen Agenturen für Arbeit aus. Gleichzeitig halten sie den Kontakt zu den Landesregierungen und stimmen sich mit diesen Überfragen der regionalen Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik ab. Die zehn Regionaldirektionen decken das Bundesgebiet wie folgt ab. Baden-Württemberg, Bayern, Berlin-Brandenburg, Hessen, Niedersachsen-Bremen, Nordrhein-Westfalen, Nordrheinland-Pfalz-Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt-Thüringen 156 Agenturen für Arbeit stellen mit ca. 600 Dependancen und 303 Jobcentern die örtliche Erreichbarkeit für Kunden sicher und setzen die Aufgaben der Bar um. Um der besonderen Aufgabe der Förderung der Berufsausbildung, der beruflichen Weiterbildung sowie der beruflichen Eingliederung von Menschen mit Behinderung gerecht zu werden, ist in allen Arbeitsagenturen ein sogenanntes Berufsinformationszentrum mit Informationen zur Berufs- und Studienwahl, Stellen- und Ausbildungsplatzsuche sowie zum Thema Weiterbildung eingerichtet. Daneben werden einige Aufgaben durch sogenannte besondere Dienststellen wahrgenommen. Das sind Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Führungsakademie der Bundesagentur für Arbeit, IT-Systemhaus der Bundesagentur für Arbeit, Bar-Servicehaus, Zentrale Auslands- und Fachvermittlung, Familienkasse, Hochschule der Bundesagentur für Arbeit. Die Selbstverwaltung der Bundesagentur für Arbeit wird ernannt und nicht in Sozialwahlen bestimmt. Darin unterscheidet sie sich von den anderen Sozialversicherungsträgern in Deutschland. Präsidenten 1952 bis 2002 an der Spitze der Bundesanstalt für Arbeit stand von 1952 bis 2002 ein Präsident. Folgende Personen hatten dieses Amt inne. 1952 zu 1957 Julius Schäuble 1957 zu 1968 Antoine Sabel 1968 zu 1984 Josef Stingl 1984 zu 1993 Heinrich Franke 1993 zu 2002 Bernhard Jagoda Bekannte Vizepräsidenten 1968 zu 1975 Walter Henkelmann 1975 zu 1975 1975 zu 1984 Helmut Minter 1984 zu 1990 Ursula Engelin Käfer 1990 zu 1998 Klaus Leven Klaus Leven 1998 zu 2000 Otto Semmler 2001 zu 2002 Heinrich Alt Nach den Reformen der Bar im Jahr 2002 wurde der Präsident durch einen dreiköpfigen Vorstand ersetzt, dessen Mitglieder aufgrund ihrer Vorstandstätigkeit keinen Beamtenstatus mehr innehaben, dafür aber deutlich höhere Gehälter als die bisherigen Präsidenten beziehen. Die Mitglieder des Vorstands werden für jeweils fünf Jahre auf Vorschlag des Verwaltungsrats von der Bundesregierung benannt und vom Bundespräsidenten ernannt. Die Vorstände setzten sich bisher personell wie folgt zusammen, 2002 zu 2004 Vorstandsvorsitzender Florian Gerster, Finanzen, Frank Jürgen Weise, Operative Aufgaben, Heinrich Alt, 2004 zu 2006 Vorstandsvorsitzender Frank Jürgen Weise, Finanzen, Raimund Becker, Operative Aufgaben, Heinrich Alt, 2006 zu 2012 Vorstandsvorsitzender Frank Jürgen Weise. Vorstand SGB III, Raimund Becker, Vorstand SGB II, Heinrich Alt, April 2012 zu 2014 Vorstandsvorsitzender Frank Jürgen Weise. Vorstand SGB III, Raimund Becker, Vorstand SGB II, Heinrich Alt, Juni 2014 zu 2015 Vorstandsvorsitzender Frank Jürgen Weise. Vorstand SGB III, Raimund Becker, Vorstand Arbeitsmarkt, Heinrich Alt, Generalbevollmächtigter IT-Prozessmanagement, Klaus Witt, seit Oktober 2015 Vorstandsvorsitzender Frank Jürgen Weise. Vorstand SGB III, Raimund Becker, Vorstand Arbeitsmarkt, Detlef Scheele. Der Verwaltungsrat der Bar entschied sich am 3. Juli 2015 in einer außerordentlichen Sitzung in geheimer Wahl für Senator Detlef Scheele als Vorstand Arbeitsmarkt der Bar. Diese Wahl bedurfte der Zustimmung durch die Bundesregierung. Er folgte zum 15. Oktober 2015 auf Heinrich Alt, der zum 30. Juni 2015 in den Ruhestand ging. Der Verwaltungsrat ist das zentrale Organ der Selbstverwaltung Bundesagentur für Arbeit. Er besteht drittelparitätisch aus je sieben ehrenamtlichen Vertretern der Arbeitnehmer, der Arbeitgeber und der öffentlichen Körperschaften. Seine Hauptaufgaben sind die Überwachung der Arbeit des hauptamtlichen Vorstands, die Beratung des Vorstands in allen aktuellen Fragen des Arbeitsmarktes, Die Feststellung des jährlich vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplanes der Bar, die Genehmigung des jährlichen Geschäftsberichts, den der Vorstand dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales vorlegt. Vorsitzende des Verwaltungsrates, 1. Juli 2011-30, stellvertretender Vorsitzender Finanzierung Finanziert wird die Bar vor allem durch die Beiträge der Arbeitnehmer und Arbeitgeber zur Arbeitslosenversicherung. Aus den Beiträgen werden die Kernaufgaben und die Versicherungsleistungen getragen. Bis 2012 erhielt die Bar abweichend davon jährlich einen Betrag aus den Mehrwertsteuereinnahmen des Bundes, zuletzt im Jahr 2012 in Höhe von 7,238 Milliarden Euro. Diese Finanzierungsbeteiligung war zum 1. Januar 2007 im Zuge der Beitragssenkung von 6,5 auf 4,5 Prozent eingeführt worden, wurde aber durch Artikel 2 des Haushaltsbegleitgesetzes 2013 zum 1. Januar 2013 wieder aufgehoben. Während die Bundesagentur 2010 noch einen Verlust in Höhe von 8,14 Milliarden Euro auswies, erzielte sie im Haushaltsjahr 2011 einen leichten Überschuss von 39,91 Millionen Euro. Für das Jahr 2012 erwartete die Arbeitsagentur einen Überschuss von 2,1 Milliarden Euro. Für das Jahr 2013 erwartete die Bar einen Überschuss von 60 Millionen Euro. Für das Jahr 2014 betrug der Überschuss 978,4 Millionen Euro. Der Bund genehmigt den Haushalt der Bar und erstattet aufgrund des 363 SGB III der Bar jene Kosten, welche aus den zusätzlich übertragenen Aufgaben entstehen. Nach 364 SGB III ist der Bund verpflichtet, die zur Aufrechterhaltung einer ordnungsgemäßen Kassenwirtschaft erforderlichen Liquiditätshilfen als zinslose Darlehen zu leisten, Wenn die Mittel der Bar nicht zur Erfüllung ihrer Zahlungsverpflichtungen ausreichen, diese Darlehen sind zurückzuzahlen. Sobald und soweit die Einnahmen eines Monats die Ausgaben übersteigen und dieser Überschuss voraussichtlich im nächsten Monat des laufenden Haushaltsjahres nicht zur Deckung der Ausgaben benötigt wird, können Darlehen des Bundes zum Schluss des Haushaltsjahres aus den Einnahmen und der Rücklage der Bar nicht zurückgezahlt werden. So wird aus den die Rücklage übersteigenden Darlehen ein Zuschuss. Haushaltsentwicklung Reform der Arbeitsverwaltung Bereits 1997 begann die Bar mit verschiedenen Reformprojekten, welche auch heute noch parallel zu den gesetzlichen Reformvorhaben laufen und eng mit diesen abgestimmt wurden und werden. Da einige Reformen nicht ohne Gesetzesänderungen möglich sind, interne strukturelle Reformen, Einführung des Arbeitgeberservice und damit Trennung der Kundenbetreuung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, Steigerung der Effizienz durch bessere Integration privater Stellenbörsen, Verbesserung der Servicequalität durch Einführung eines Kundenreaktionsmanagements, Einführung der telefonisch erreichbaren Servicecenter, um es Vermittlungsfachkräften zu ermöglichen, sich mit terminiertem Zugang besser auf die Kundenbetreuung zu konzentrieren. Einführung der elektronischen Akte Die im Jahre 2002 von der Bundesregierung eingesetzte Herz-Kommission stellte zahlreiche Konzepte zur Modernisierung der Dienstleistungen auf dem Arbeitsmarkt vor. Das erste und zweite Gesetz zur Modernisierung der Dienstleistungen auf dem Arbeitsmarkt beschäftigten sich mit der Stärkung der Eigenverantwortung der Arbeitslosen. Durch Unterstützung der privaten Arbeitsvermittler und Verschärfung der Bedingungen unter denen Lohnersatzleistungen durchlieber gezahlt werden, sollte das soziale Sicherungssystem entlastet werden. Da private Arbeitsvermittler ausschließlich auf Honorarbasis arbeiten, konnte auf diese Art eine zusätzliche Hilfe am Arbeitsmarkt etabliert werden. Die Vergütung der privaten Arbeitsvermittler wird unter bestimmten Voraussetzungen von der Bar durch Vermittlungsgutscheine übernommen. Das seit dem 1. Januar 2004 in Kraft getretene dritte Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt brachte einige strukturelle Änderungen innerhalb der Bar, welche sie von einer konventionellen Behörde in eine effektive und kundenorientierte Agentur umbauen soll. Inhalte des HCI-Gesetzes, die die Struktur der Bar betreffen. Selbstverwaltung Selbstverwaltungsorgane blieben nur in der Zentrale und in den Agenturen für Arbeit bestehen. Die Selbstverwaltungsorgane können sich per Satzung einen Zustimmungsvorbehalt zu bestimmten Entscheidungen der Geschäftsführung einräumen. Punkt. Haushalt der Bar. Die Verwaltungsausschüsse der Agenturen für Arbeit dürfen keine Vorschläge mehr zum Haushalt der Bar machen. Dieser wird vom Vorstand in eigener Verantwortung erstellt. Ausgabereste, die von einer Agentur für Arbeit erwirtschaftet werden, kommen im kommenden Jahr dieser Agentur wieder zugute. Haushaltsausgleiche zwischen den Agenturen für Arbeit sind nicht mehr möglich. Punkt. Kontraktmanagement. Ersetzung des bisherigen Weisungsverhältnisses zwischen Bundesregierung und Bar durch ein Agency-Modell. Steuerung erfolgt über Zielvereinbarungen und nicht mehr durch Weisungen. Dasselbe Steuerungsmodell soll auf allen Ebenen der Bar konsequent eingesetzt werden. Punkt. Die Bar darf sich für die Erhebung und Verarbeitung der Sozialdaten eines nicht öffentlichen Dritten bedienen. Die Vorprüfungsämter der Bar werden mit dem 1. Januar 2004 aufgelöst. Bekämpfung der illegalen Beschäftigung. Die Bekämpfung Schwarzarbeit durch Prüfungen vor Ort wird von der Zollverwaltung übernommen. Die Verfolgung von Leistungsmissbrauch, der keine Außenprüfungen erfordert, obliegt weiterhin der Bar. Punkt. Des Weiteren enthält das dritte Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt eine Reihe von rechtlichen Vereinfachungen im SGB III, durch welche unter anderem eine Beschleunigung und Vereinfachung des Verwaltungsverfahrens erwartet wird. Kritik an der Bundesagentur für Arbeit. Bereits nach der Affäre um angeblich gefälschte Vermittlungsstatistiken war der Ruf nach Abschaffung der Bundesanstalt für Arbeit laut geworden. Auch nach der Entlassung des Vorstandsvorsitzenden Florian Gerster erhoben einige Politiker wie Z.B. Guido Westerwelle D. Niebel die Forderung, die Bundesanstalt für Arbeit aufzulösen. Im Wesentlichen ging es dabei um die Frage, ob eine zentrale oder eine dezentrale Organisationsstruktur besser geeignet sei, um auf die Erfordernisse des Arbeitsmarktes zu reagieren. Zum Teil wurde auch die völlige Privatisierung des Vermittlungsbetriebes gefordert. Diese Option hatte aber durch die geringen Vermittlungserfolge privater Träger zunächst einen Dämpfer erhalten. Auch unter dem neuen Namen Arbeitsagentur und der laufenden Reform im Jahre 2004 stand die Vermittlungsquote in der Kritik. Die Zahlen der von der Bundesagentur erfolgreich vermittelten Bewerber waren sogar rückläufig. Als dies bekannt wurde, stellte Peter Clever, der Vertreter der Arbeitgeber im Aufsichtsrat, öffentlich die große Bedeutung erfolgreicher Vermittlung Arbeitsloser für die Existenzberechtigung der Bar heraus und bezeichnete die noch immer zu schlechte Vermittlungsleistung als die Achillesphase der Bar, woraufhin er von Wirtschaftsminister Wolfgang Klement indirekt und später auch direkt zum Rücktritt aufgefordert wurde. Die Bar kann selbst keine Arbeitsplätze schaffen, wohl aber den Vermittlungsprozess am Arbeitsmarkt beschleunigen und passgenauer organisieren. Weiterhin wird diskutiert, ob durch eine Regionalisierung bzw. eine Übernahme der Aufgaben durch die Kommunen nicht eine höhere Schlagkraft entwickelt werden könnte. Auch die Tatsache, dass ein direkter Kontakt zwischen Arbeitgebern und Sachbearbeitern aus der Betreuung der Arbeitssuchenden grundsätzlich nicht möglich ist, erschwert eine Vermittlung nachhaltig. Oft würde nämlich der persönliche Eindruck von der Lernbereitschaft und dem Engagement der Arbeitssuchenden einen Arbeitgeber überzeugen, ihm auch bei mangelnder fachlicher Qualifikation eine Chance zu geben bzw. eigenständig vorzubilden. Dies ist aber ausdrücklich nicht vorgesehen und kann nur auf dem informellen Wege erfolgen. 2004 wurde die Bundesagentur für Arbeit bei der Verleihung des Datenschutz-Negativpreises Big Brother Awards in der Kategorie Behörden und Verwaltung, ausgezeichnet wegen a. der inquisitorischen Fragebögen zu ALG II, b. der Unwilligkeit, die Fragebögen vor 2005 datenschutzgerecht zu überarbeiten, sowie c. der vermuteten Zugriffsmöglichkeit auf die Daten der Arbeitssuchenden von sämtlichen Arbeitsagenturen. Der Unternehmensberater, Philosoph und Philologe Reinhard K. Sprenger vermerkte 2005 in seinem Buch Der dressierte Bürger, die Arbeitsagentur würde laut internen Weisungen Termine von Aufstockern absichtlich unpassend legen, um die Sanktionsquote zu erhöhen und die Arbeitslosigkeit lediglich verwalten. Sie spekuliere durch die von ihr geschaffenen Notlagen von Arbeitslosen auf deren Mittellosigkeit die Ansprüche gelten zu machen, was zudem von Diakonie und Caritas beanstandet wird. Indirekt wirft Sprenger die Frage auf, warum die Behörde als Agentur bezeichnet wird und empfiehlt deren Schließung. Das ARD-Fernsehmagazin Monitor kritisierte in der Sendung vom 13. August 2009, dass eine steigende Anzahl von Arbeitssuchenden nach einem schriftlichen Testverfahren als dauerhaft geistig behindert eingestuft würde, um dann an eine Werkstatt für behinderte Menschen vermittelt zu werden. Sie fallen somit aus der Arbeitslosenstatistik, zudem wird die Bundesagentur finanziell entlastet. Eine fachärztliche Untersuchung zur Feststellung der geistigen Behinderung findet nicht statt. Die Zahl der jährlich auf Behindertenwerkstätten verwiesenen Arbeitssuchenden stieg von 22.678 im Jahr 2004 auf 27.350 im Jahr 2008. Weiter kritisierte das ARD-Fernsehmagazin Monitor in der Sendung ausgetrickste Leiharbeiter. Das Totalversagen der Bundesagentur für Arbeit vom 4. Juli 2013 Die unzureichende Prüfung von Unternehmen der Arbeitnehmerüberlassung Auf 18.500 Leiharbeitsfirmen kämen 55 Prüfer der Bundesagentur für Arbeit. Sanktionen oder Auflagen würden nicht erteilt, auch nicht bei mehrfachen Verstößen. Auch die von der Freien und Hansestadt Hamburg freigestellte Mitarbeiterin des Jobcenters Hamburg Inge Hannemann kritisierte den Umgang mit Arbeitslosen. So würden neben Sanktionen auf Versäumnisse der Leistungsbezieher auch Sanktionsquoten je Mitarbeiter im Jobcenter hindurchgesetzt werden. Die Fürsprecherin eines bedingungslosen Grundeinkommens stellt fest, wenn den Leuten das Geld gestrichen würde, werden diese obdachlos und könnten sich ihre Medikamente nicht kaufen und gar nichts mehr machen. Ferner würde den Arbeitsvermittlern nahegelegt werden, die Arbeitssuchenden als Leistungsmissbraucher anzusehen. Sozialpädagoge Dirk Kratz von der Universität Hildesheim kommt in seiner Studie Entfremdete Hilfe zum Ergebnis. Der Umgang mit Arbeitslosen verlaufe grundlegend falsch. Arbeitssuchende würden behandelt wie kleine Jungs und deren Biografien nicht wahrgenommen, statt deren Bedarfe und Potenziale festzustellen. So betreibe die Bar gezielte Schwächung der Marktposition des Arbeitssuchenden und Qualifikationsmaßnahmen, die sich auf das von der Bar vorgegebene Muster eines defizitären Menschen angepasst sind und den Arbeitssuchenden vorgeschrieben werden. Ferner würde versucht, dem Arbeitssuchenden psychische und medizinische Defizite nachzusagen, worauf sich die Bar wiederum berechtigt sehe, in pädagogischer Weise auf Arbeitssuchende herabzusehen. Selbst Probleme in Betrieben würden den Vermittelten angelastet und auf deren Ausscheiden aus den Betrieben erfolgten Maßnahmen der Bar, die für Suchtkranke geeignet sind. Die Bar war 2009 mit 108.781 Bediensteten einer der größten Arbeitgeber in Deutschland. Ähnlich viele Mitarbeiter haben BASF und BMW. Der Forschungsbericht 4 2016. des der Agentur zugehörigen Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung kommt zu dem Ergebnis, dass in Deutschland die meisten Arbeitsstellen über persönliche Kontakte vermittelt werden. Manipulation der Vermittlungsstatistik Laut einem Prüfbericht des Bundesrechnungshofs konzentrieren sich die Agenturen auf die Kunden, die am ehesten auch ohne Hilfe auf dem Arbeitsmarkt unterkämen. Teilweise wurden sogar Lehrlinge, die ohnehin von ihrer Firma übernommen werden sollten, als erfolgreich vermittelt gezählt. Geschichte der Arbeitsverwaltung Hauptartikel Siehe auch Explorix Fragebogen der Bundesagentur für Arbeit zur Unterstützung der Berufsberatung Sozialstaat Sozialabbau Sozialversicherung Verfolgungsbetreuung Vergleichbare Ämter in anderen Ländern Arbeitsmarktservice Österreich Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Schweiz Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgien Pole Employee Darin aufgegangen ist die INPE Agents National Pole Employee Frankreich Employment Agency England